Vergangenen Montag war der Welt-Toiletten-Tag. Wir wollen heute das öffentlich machen, was sich normalerweise nur hinter verschlossenen Türen in deutschen Haushalten abspielt. Der Gang zur Toilette. Sie müssen doch erst abputzen. Ja, also nochmal hinsetzen. Lass das alle vergessen heutzutage? Ich möchte nicht in die Unterhosen von dem jungen Mann hier schauen. Ja, allen Mut gehört natürlich auch dazu, in diese Metzgerei reinzugehen. Metzgerei Kill. Sind Sie die Frau Kill? Nein, nein. Frau Kill ist überhaupt nicht im Haus. Was killen Sie so? Was killen Sie so? Nur Tiere? Ja, ja. Man weiß doch nie, was in der Wurst alles drin ist. Oh, jetzt sind sie aber... Wir wollen heute mal die ältere Generation mit dem Musikgeschmack der Jugendlichen konfrontieren. I wanna 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 fuck you in CS. I wanna 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 fuck you in CS. Hat Ihnen die Melodie und der Text gut gefallen? Ja, es war schön. War sehr schön, oder? War schön, ja. Kann man mal bringen. Warum nicht? Suck, mein Dick. Ich glaub nicht. Letztes Wochenende, da waren ja die Bundestagswahlen und wir vermuten, dass das Ergebnis dieser Wahlen leicht verfälscht ist, zumindest mal im Saarland. Und wir glauben, dass viele Saarländer gar nicht den Unterschied zwischen der Erst- und der Zweitstimme wissen und somit ihr Kreuzchen falsch gesetzt haben. Die erste Stimme, das ist für die ganze Beteiligung, also SPD oder so. Und die zweite Stimme, das ist für die FDP oder so. Oder CDU. Oh Gott, ist das ein armes Land. Ja. Gammelfleisch ist momentan das Thema in Deutschland und damit auch bei uns bei KSTV. Das ist ja vergammelt, oder? Meistens ist Gammelfleisch auch vergammelt. Ja. Müsst du mehr aufpassen. Zum Beispiel. Inwiefern kann man mehr aufpassen? Mehr Kontrolle. Ah ja, da kommen wir der Sache schon wesentlich näher jetzt. Ja.